Zu dritt geht's weiter durch den Ereignis abend Januar. Zum Glück halten wir euch auf den Trab. Und manche Rennfahrer wundern uns mit unerwarteten News. Auch privat passiert das eine oder andere im Besenwagen. Warum man zum Beispiel seine Nachrichtenanfragen lesen sollte, erfahrt ihr hier. Also kommt mit auf die Fahrt. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Stauf. Frostschutzmittel ist auch diese Woche wieder von Raffa nachgefüllt. Schaut mal bei Raffa Custom auf die Seite. Das machen wir nämlich dem Manext auch bald wieder. Und ja, los geht die wilde Fahrt. Nächste Runde, Training-Runde. Gesponsert von Sumo. Werbung. Euer Podcast Schlussfahrzeug fährt den ganzen Januar schon mit Athletic Greens durch den Schnee. Die morgendliche Routine mit dem grünen Smoothie zur Versorgung mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen haben eure drei Fahrer mittlerweile drauf. Andis Haut wird besser und besser. Paul erfreut sich mit bester Verdauung. Und bei mir ist einfach nur das Frühstück ein bisschen gesünder geworden. Beziehungsweise frühstücke ich jetzt überhaupt mal was. Wie geht's? Was bringt's? Morgens das Pulver mit kaltem Wasser in der eigens dafür gelieferten Flasche anschütteln und als erste Mahlzeit des Tages trinken. Es schmeckt gut, macht satt, enthält fast keinen Zucker und liefert 75 essenzielle Vitamine und Mineralstoffe in veganer, gluten- und laktosefreier Form. Du fährst damit deinen Energiehaushalt hoch, schiebst deine Regeneration, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem an. Und wenn du Lust hast, bekommst du es bequem monatlich zu dir nach Hause. Ganz ehrlich, es geht einfach, schnell und ohne 1000 Supplementpillen einzuwerfen. Die Formel ist nicht nur durch Besenwagenfahrer, sondern auch echte Athleten getestet. Also geh einfach auf athleticgreens.com slash besenwagen und sichere dir das Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3 Öl. athleticgreens.com slash besenwagen for the win. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Andreas Stauf, Geburtstag gehabt in der Zwischenzeit. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Staufi. Was bist du, 88? 87er, ja. 87, 33 schon geworden. 34. 34. Gut im Rechnen. Ja, auch du wirst älter, Basti. Wie alt wirst du dieses Jahr? 36, ne? 37 schon. Du wirst schon 37. Mhm. Ich hab das irgendwo heute gelesen mit die Frage, wann fängt 2021 endlich an? Und bei Basti hat's dann auch noch nicht eingesetzt. Ja, genau. Ja, viel geht nicht, ne? Ja, stimmt, ne? Brauchst nicht fragen so, was hast du an deinem Geburtstag so gemacht. Naja. Gebrunched. Ja. Mit dir selbst, oder? Genau. Ich muss mich entschuldigen. An die Zuhörer. Ich bin grad noch in den letzten Zügen mein Ben & Jerry's Netflix & Chilled Eis aufzuessen. Paul macht nämlich grad die Eis-Diät. Genau. Der braucht ja noch ein paar Kalorien zwischendurch. Ja, ja. Und damit er davon wieder direkt ein paar abbaut, immer schön den Magen runterkühlen, ne? Damit er beim Aufwärmen wieder ein paar Kalorien extra verbrennt. Genau. Das hab ich von Toni Martin gelernt. Das haben wir auch immer gemacht, die Eis-Diät. Ja gut, wir haben ja eine große Historie hier mit Eis im Besenwagen. Ich will das nicht nochmal aufwärmen jetzt. Ja, Eis aufwärmen sowieso nicht so gut. Eis aufwärmen. Ja, und trinken. Das machen auch manche Leute. Gut, jetzt bin ich fertig. Ich hab eben schon die Bombe platzen lassen. Ich wollte es eigentlich im Podcast machen, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich zieh nach Düsseldorf. Aber dazu muss man sagen, als Basti das erzählt hat, hat er das so gesagt. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der in dem Moment so verliebt auch sah. Ich fand das sogar süß. Ich würde sogar das Wort süß dafür verwenden, als richtig so reden, wie so ein Kind. Ich zieh nach Düsseldorf mit meiner Freundin. Ja, hätte ich mir auf jeden Fall vor drei Wochen auch noch nicht gedacht so richtig. Ja, und auch vor zwei Monaten und einer Woche nicht. Ja. Ja, nee, vor drei Wochen hab ich ja gesagt. Ja gut, aber vor drei Wochen kanntet ihr euch ja schon. Ja, vor drei Wochen kannten wir uns zumindest schon, ja. Ja, genau. Nee, ich bin relativ froh darüber, über diese Neuigkeit. Und ich sag das natürlich hier nur, weil ich hoffe, dass irgendjemand... Du neue Trainingskollegen suchst. Nee, das hab ich sogar schon gefunden hier in der Nachbarschaft. Hat schon einer. Ich hab hier mein Fahrrad im Auto liegen und geh morgens dann trainieren von Düsseldorf aus. Und ich baue so meinen Crosser zusammen. Läuft einer mit dem Hund an mir vorbei. Kommt so eine Minute später wieder zurück. Bist du der Bastian Marx vom Besenwagen? Lieben Gruß von hier. Scheint ja jetzt auch zuzuhören. Mit dem werde ich mit demnächst mal fahren. Der wohnt hier irgendwie in der Nachbarschaft und seine Frau fährt Bundesliga auf höchstem Niveau. Oh. Oh. Ja. Also ich hab schon Anschluss. Aber ich hoffe, dass irgendjemand eine Wohnung hat in Düsseldorf-Süd. Am rein. Ach, das ist jetzt hier quasi eine Anzeige auch so ein bisschen. Das ist eine Anzeige. Genau. Besenwagen-Immobilienbörse brauchen eine Wohnung zu zweit. Düsseldorf-Süd. Himmelgeist. Vollmaßwert. Flehe. Was denn mit dem Düsseldauer Medienhafen? Das ist doch jetzt hier als Podcaster. Das zieht man da doch hin, oder nicht? Jetzt, wo du es sagst. Ja. Ja, schön. Ist der Weg zur Eisdiele demnächst kürzer bei dir? Ey, genau da. Ah, da suchst du eine Wohnung. Da wohne ich jetzt gerade auch. Welche Eisdiele? Basti und ich haben uns mal überlegt, wir fahren nach Düsseldorf zu einer ganz berühmten Eisdiele. Ich habe die Routenplanung gemacht, so ein bisschen nach Gefühl. Die Hälfte der Gruppe ist nach der Hälfte der Hinfahrt schon umgedreht, weil da waren ein bisschen viele schlechte Straßen, würde ich das nennen. Also ich würde es immer noch als Straße bezeichnen. Andere Leute würden Mountainbike da fahren. Also Gravel, sagt Paul dazu. Also ein bisschen unerwartete Distanz, die wir dann auf dem Weg nach Düsseldorf haben. Weil eigentlich ist Düsseldorf nicht so weit weg von Köln, aber wir haben ein bisschen länger gebraucht. Und auch am Rückweg wurde es dann schon schnell dunkel und wir sind eigentlich im Stockdunkeln. Und es war wirklich so Juli oder so, wo es so richtig lang hell war. Ja, also wir sind glaube ich um halb zwölf oder so wieder erst zurück gewesen. Und in dieser Eisdiele gibt es relativ große Portionen für relativ wenig Geld. Und wir haben auf jeden Fall alle eine relativ stabile Portion gegessen. Und Andi hat direkt danach eine Cola am Kiosk auf Ex getrunken. Und ich konnte schon kaum fahren die erste halbe Stunde vorm Rückweg mit nur dem Eis drin. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass du das mit der Cola schaffst. Und wir können eigentlich mit der Folge ein Foto posten von der Hinfahrt. Ich glaube schon. Letztens bin ich noch mal drüber gestolpert. Weil Andi ist Hinweg mit freiem Oberkörper gefahren. Großartige Chippo-Fotos haben wir gemacht. Habe ich gemacht. Aber der Andi ist ja auch fast doppelt so groß. Der passt ja auch mehr rein. Ja, dachte ich mir jetzt auch. Überragende Eisdiele trotzdem. Ja, okay. Aber wie heißt denn die? Wie heißt denn die? Die heißt Unbehauen. Und da kaufst du nach... Ungehauen? Unbehauen. Ungehauen. Also das ist jetzt kein wirkliches Wort, sondern der Name einfach. Ist ein Name. Eine eigene Name. Und ich glaube, man kauft das Eis da nach Milliliter. Kann das sein? Irgendwie so. Die Größenangaben sind jetzt halt nicht so Bällchen oder so. Man sucht sich eine Bechergröße aus. Es gibt irgendwie sechs oder sieben verschiedene Bechergrößen. Die kosten alle nicht viel. Also wenn du für... Du denkst so, du kommst da hin und willst ein stabiles Eis essen und kaufst dir so einen Becher für 3,40 Euro. Genau. Und das sind dann aber 400 Milliliter Eis. Oder mehr. Also ich glaube fast mehr. Also wahrscheinlich so 600 Gramm oder so. Also mindestens so eine Portion, wie du dir ja gerade da einverleibt hast. Also 2,10 reicht tatsächlich für einen normalsterblichen Radfahrer. Ja. Und du kannst jetzt mal in den Radladen mit der... Mit dem vielleicht besten... Einer der besten Namen auch für einen Radladen. Oder hat eigentlich gar nicht viel damit zu tun. Schicke Mütze. In Düsseldorf war ich noch nie. Aber ich sehe immer wieder Leute da hinfahren. Da war ich sogar schon mal. Da warst du schon mal? Ich war da auch schon. Ich war da sogar letzte Woche. Habt ihr euch eine Mütze gekauft oder? Ne, ich war da für den Grandepart. In Düsseldorf habt ihr was gemacht für ein Unternehmen. So ein Meet and Greet. Genau. Ich war da für Raffa mit Steffen. Auch beim Grandepart. Schöne Grüße hier nach Berlin an der Stelle. Ja, der wird sich jetzt auch melden bestimmt Steffen. Der alte Ex-Düsseldorfer. Stimmt, ja. Ja, sehr schön. Was dir dann... Ist ja sogar noch kürzer. Oder dichter von Berlin aus. Stimmt. Nächste Berlin-Tour. Ne, wird nicht kürzer. Ist nicht kürzer. Ist nicht kürzer. Ist dasselbe, glaube ich. Ziemlich genau dasselbe. Na gut. Gut. Ja, gut. Ja, freut mich. Vor allen Dingen der Liebe wegen. Es ist natürlich immer schön, wenn ein Besenwagenfahrender glücklich ist. Ja. Ja. Letztens hat schon mal jemand gefragt. Wir sind jetzt alle unter der Haube, oder? Ja, unter der Haube nicht. Also... Ich weiß nicht, ob Stoff hier unter der Haube ist. Auf der Haube bin ich. Auf der Haube. Also, Basti, unter der Haube bist du auch noch nicht. Oder habt ihr schon... Ja, warte noch mal eine Woche. Genau. Nächste Woche dann... Ey, ich hab euch was mitzuteilen. Ich hab euch eingeladen. Ja. Und dann eine Woche später ein Kind. Keine Angst. Wir haben keine Angst. Ich würde gerne wieder zu einer Hochzeit gehen. Also, musst halt noch ein bisschen warten vielleicht noch. Bis wir kommen dürfen. Ja, Paul, du hast eigentlich meine unterschwellige Frage jetzt umgangen. Welche? Von Andi weiß ich es ja. Ach so. Ja. Ja, ja. Ja, gut. Also, man kann jetzt zusammenfassen. Wir sind alle glücklich in irgendwas. Was? Ja, ich bin heute ganz besonders glücklich, weil ich hab eine schöne Nachricht heute bekommen. Und zwar hat mir so aus dem Nichts, hat mir jemand geschrieben auf Instagram und schickt dazu zwei Fotos. Und zwar einmal ein Bild von einem weißen Eddy Merckx-Rahmen in Quicksap-Lackierung und dann nochmal eine Nahaufnahme von dem Namensschild auf dem Rahmen. Und das war mein Rahmen von 2011. Und der ist irgendwo in Belgien aufgetaucht und dieser Mensch wird mir den Rahmen jetzt zuschicken. Einfach so. Sau geil. Und der ist noch ungefahren? Ah, gefreut. Ne, der ist tatsächlich gebraucht, glaube ich. Also, das ist wirklich das Rad, was ich damals gefahren bin. Auf den Fotos waren jetzt keine Gabel zu sehen. Da habe ich jetzt auch keine Infos. Also, ich weiß nicht, ob es fahrtüchtig sein wird, wenn es hier ankommt. Aber selbst wenn nicht, dann kriegst du einen schönen Platz im Regal. Mega gut. Da ist gut, der Eddy Merckx. Ich kenne es noch aus Live-Einsatz. Ja, also, ich weiß auch nicht, ob es unbedingt nochmal fahren will. Also, vielleicht schon aus Neugier, wie sich das jetzt nochmal so im Nachhinein anfühlt. Aber, ja, war jetzt nicht das beste Rad meiner Karriere. Hatte ich auch so in Erinnerung. Ja, es war gar nicht so, also, gar nicht so schlecht. Wobei, also, das Vorgängermodell von dem, also, es gab, ich weiß gar nicht, die wurden dann so mit ungeraden Zahlen, gab es die Rahmen damals. Also, MX-5 und MX-7. Das MX-5, das sah ultrascheiße aus, aber das fuhr sich gar nicht so schlecht. Also, das war jetzt kein schlechtes Rad. War das das, was so ganz geschwungen war? Mhm, das so ein bisschen in Richtung Pinarello ging. Ich glaube, die wurden auch irgendwie im gleichen Werk oder sowas gebaut. Wenn ich mich da recht erinnere. Und das, das EMX-7, EMX hießen die, glaube ich, ja. Das sah so ein bisschen aus wie so das Giant TCR. Ja, ich habe mich eben schon über diese integrierte Sattelstütze gefreut. Das fand ich immer richtig geil. Ja, so ein bisschen sah das aus. Also, optisch gar nicht so verkehrt für die Zeit. Aber so Handling, das ging irgendwie nicht so gut. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich glaube nicht, dass du es aufbaust, ehrlich gesagt. Ja, ohne Gabel wird es wahrscheinlich eh schwierig, ne? Also, da jetzt nochmal eine passende Gabel zuzubekommen. Einfach eine schwarze oder eine weiße Plain-Gabel rein, geht schon. Ja, aber das wäre nicht so meins. Aber wenn eine Gabel dabei ist, dann baue ich doch auf. Okay. Ich bin mit Kampa. Ja, ich hatte letzte Woche schon was angekündigt, was ich jetzt für heute nochmal recherchiert habe, beziehungsweise mich nochmal ganz schlau gemacht habe. Ein bisschen was wusste ich schon. Aber ich habe so ein paar Kumpels, Bekannte. Ich würde es schon Kumpels nennen. Ähm, der eine oder andere wird ihn kennen. Michael Hockeler aus Köln ist ein bisschen so bekannte Größe im Kölner Radsport. Vorsitzender vom RTC-DSD-Verein. Und die Jungs, die versuchen immer ganz viel in Bewegung zu setzen. Einerseits, was so, ja, Fahrradverkehr im Straßenverkehr angeht. Dann Hockeler ist auch Commute-Weltmeister, Commute-Weltrekordhalter. Der ist, glaube ich, mal 40.000 Kilometer im Jahr nur gependelt nach Bonn auf die Arbeit und zurück. Da hinten. Kennst du den? Wie, so weit ist doch Bonn gar nicht. Wenn du das jeden Tag machst? Ich weiß gar nicht. Also, vielleicht waren es auch nicht 40, vielleicht waren es 30. Aber es war schon richtig viel. 365 Tage hin und zurück. Dann bist du auf jeden Fall über 30.000. Es ist jeden Tag gefahren, egal ob es geschneit oder geregnet hat. Immer. Okay, und so fahren die ihre Weltmeisterschaft aus? Ja, das war jetzt ein Witz so. Ach so, kann ja sein. Ich meine, es gibt ja auch gute Zeiten. Also in Deutschland war der auf jeden Fall so. Es gibt alle möglichen Weltmeisterschaften. Weltmeisterschaften der Ärzte gab es mal. Ja, stimmt. Genau. Und Apotheker, da hätten die Physios auch mitmachen können. Erz und Apotheker. Studenten. Jetzt leider komplett off topic von diesem Thema, aber ein Vereinskamerad von mir, als ich noch in Schwetzingen gefahren bin, Schirmer, Christoph Schirmer, Zahnarzt. Vielleicht kriegt er das jetzt erzählt. Es war auf jeden Fall ultra witzig. Der Typ hatte einen goldenen Mercedes, einen tiefer gelegten, mit einem Riesenflügel drauf. Da dachte ich mir, Junge, du bist kein Zahnarzt. Für wen bist du Zahnarzt? Aber der war weltdeutscher Meister der Zahnärzte und Apotheker. Ärzte und Apotheker. Zahnärzte und Apotheker. Da gab es nochmal eine extra für Ärzte. Nee, nee. Aber interessante Weltmeisterschaft eigentlich. Also schon allein, was für ein Material da wahrscheinlich am Start stand. Ja. So, ne? Zurück zu Orkula, RTC, DSD und der Initiative, die die jetzt auf die Beine gestellt haben. Nämlich, wer kennt es nicht, wir kennen es auf jeden Fall, das Kölner Radstadion und die sich darin befindliche Albert-Richter-Bahn. Und ich weiß nicht, Andi, weißt du, wer Albert Richter ist? Oder? Ja. Also ich kann dir jetzt keine Daten aus dem Kopf oder so sagen, ne? Also auf jeden Fall zur Zeit des Nationalsozialismus, ne? Mhm. Also wahrscheinlich so 1930 oder vielleicht auch 1920er Jahre. Nee, 1932 war so sein erfolgreichstes Jahr tatsächlich. Okay. War sehr erfolgreicher Bahnfahrer. Mhm. Und, ähm, hat sich aber auch, äh, klar und deutlich gegen die Nazis ausgesprochen. Genau. Oder? Er war relativ jung noch zu der Zeit. Äh, Paul? Ja, genau. Ja. Ähm, 1932 hat er Grand Prix von Paris wohl, ähm, da auf der Bahn im Sprint gewonnen. Das muss eine große Sache damals gewesen sein. Kenne ich mich jetzt nicht aus, kann ich nichts dazu sagen. Wo er im gleichen Jahr, ähm, Weltmeister der Amateure im Sprint. Was ja früher auch noch ein großes Ding war, noch lang bis in die 90er. Und, ähm, sein Trainer, Freund und Idol war Ernst Berliner und der war Jude. Und, ähm, die zwei haben eben ihre ganze Karriere zusammen bestritten, was leider nur ein paar Jahre waren. Denn 1934 ist dann, ähm, Richter bei einer Veranstaltung auf dem Siegertreppchen hat er den Hitlergruß verweigert und hat sich auch öffentlich da zu seinem jüdischen Freund bekannt. Auch mehrfach ist, ähm, verhaftet worden und ist dann 1940, ähm, im Gefängnis ermordet worden. Ähm, ja, der Berliner, der Ernst Berliner, der ist geflohen, schon vorher. Und, ähm, kam dann in den 60er Jahren wieder nach Köln zurück und hat, ja, damalige Funktionäre, Nazis befragt, hat versucht, äh, den Albert Richter zu rehabilitieren. Und ist da aber gegen, gegen Wände gelaufen. Da ist, ähm, es gibt einen Film über diese Rückkehr auch, Tigersprung heißt der. Habe ich noch nicht gesehen, aber jetzt bei der Recherche dachte ich mir, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und, ähm, ja. Kann ich nachher anfügen noch, sorry. So ab den 90er Jahren, habe ich jetzt gelesen, gibt es auf jeden Fall immer mal wieder Initiativen der Kölner Lokalpolitik, Kommunalpolitik. Ähm, diesen Albert Richter und den Ernst Berliner da irgendwo, ähm, im Gedenken zu halten, an die zu erinnern. Und, ähm, jetzt gibt es eben im Zuge dieser Olympia-Bewerbung und, ähm, im Zuge der sowieso Bewilligten des Ausbaus vom Kölner Radstadion, eben die Initiative, das Radstadion jetzt auch wirklich Albert Richter-Stadion zu nennen und nicht mehr die Bahn da drin und das Stadion irgendwie anders. Und den Platz, der sich davor befindet, eben Ernst Berliner Platz zu nennen. Und, ja, da das in Köln eben eine Größe ist und da das Ganze auch wirklich irgendwo nicht nur ein Sportler ist, sondern jemand, der richtig Haltung gezeigt hat, bis zum Ende leider, ähm, finde ich das ziemlich gut. Ich habe das Ganze auch schon unterschrieben. Wir packen das natürlich wie immer in die Shownotes und, ähm, freuen uns, wenn da fleißige Unterschriften dazukommen. Und ich denke mal, hallo, Stadt Köln, da besteht ja wohl keine Frage, das zu machen. Die Radrennbahn heißt aber schon Albert Richter Bahn. Genau, das ist ganz seltsam. Das Stadion heißt Kölner Radstadion und die Bahn da drin heißt Albert Richter Bahn. Hm, okay. Also jetzt, dass das Radstadion quasi umgenannt wird nochmal. Genau. Ja. Ja, mir ist der Name tatsächlich also schon lange im Begriff. Ich habe, glaube ich, damals von meinem Vereinspräsidenten, von meinem ersten Verein hier in Köln, R.C. Günther Köln-Longerich, ein Buch geschenkt bekommen. Und zwar über Albert Richter von einer deutschen, von einer Kölner Journalistin, Renate Franz. Die hat auch so ein paar andere Sachen über den Radsport, glaube ich, mal geschrieben. Genau, über die habe ich auch gelesen hier. Genau. Ich habe das Buch hier auch noch irgendwo. Das müsste ich mal raussuchen. Und mein langjähriger Trainer und Kumpel Olli Elsenbach hat Albert Richter tätowiert. Ah, krass, ja. Tätowiert von Albert Richter auf der Brust sogar. Also, daher ist der Name mir schon lange im Begriff, ja. Stabil. Yo. Ich habe noch einen Nachtrag hier gerade zu kuriosen Radmeisterschaften. Ja, bitte. Und zwar der Briefträger, der hier mich in Köln immer mit Post beliefert, der war mal deutscher Meister der Briefträger. Die fahren dann auch auf den gelben Bikes mit dem Kasten drauf. Ja, das ist, ja, so viel noch dazu. Christoph Schirmer, Mercedes unvergessen. Ein Hammerkarre eigentlich. Ich muss ein Bild davon besorgen. Paul, du hast dich jetzt schlau gemacht mit den Plankers, hast du erzählt. Ja, richtig. Also das war, erstmal habe ich meine Kontakte nach Belgien über Philipp Weizleben versuchen, oder habe versucht, die spielen zu lassen, aber auch... Also eigentlich hast du versucht, Philips Kontakte spielen zu lassen. Richtig, genau. Aber das Interessante war, dass selbst auch die Belgier nicht so richtig wussten, wie die Verbindungen sind. Und das Witzige ist, einer von den Brüdern fährt bei ihnen im Team. Aber er hat mit dem, glaube ich, noch nie geredet, mit dem Plankert, der bei ihnen im Team fährt, bei Alpecin Phoenix. Wie auch immer. Hier jetzt die Auflösung quasi. Also, es gibt zwei Brüder, nee, nicht Paare, sondern es gibt zwei Gruppen mit drei Brüdern. Und die müssen wir jetzt unterscheiden. Ich fange jetzt mal mit den älteren Brüdern an. Die sind so alle, keine Ahnung, irgendwann in den 70er, 80er, 60er Rad gefahren. Genau das einmal Walter Blankert, der wiederum ehemaliger Profi ist. Der hat unter anderem Amster Gold Race gewonnen, Köhne-Brusse-Köhne-Flandern und ist heute sportlicher Leiter bei Sport-Flandern. Dann gibt es Willi Blankert, auch ehemaliger Profi, gewinne das Grün-Trikot bei der Tour und drei Tappen am Giro. Dessen Sohn, Joe Blankert, war auch mal Profi, aber nicht so erfolgreich. Dann gibt es Eddie Blankert, auch ehemaliger Profi. Das ist, glaube ich, der erfolgreichste der drei Brüder. Der hat mehrere Etappen bei der Tour, World, da Giro und Tour de Suisse gewonnen. Auch dreimal belgischer Meister. Wer das noch nicht gehört hat, die letztwöchige Folge, was macht er eigentlich? Genau. Dessen Sohn, Francesco Blankert, war auch ehemaliger Profi. Das sind die drei älteren Brüder, Walter, Willi und Eddie, wovon zwei jeweils auch Söhne. Die waren alle so gut. Ja, ja. Das ist eine krasse Familie, oder? Ja, genau, das ist eine Familie. Genau, wovon dann jeweils von dem Willi und dem Eddie die Söhne auch Profis waren. Das sind dann auch die, was du letzte Woche erzählt hattest, die dieses Schloss haben. In Frankreich, glaube ich, war das, ne? Genau. Das sind die. Das muss echt sehr, sehr witzig sein, diese Show, wie Philipp mir nochmal bestätigt hat. Und dann gibt es ein weiteres Bruderpaar, die auch Blankerts heißen, aber nichts mit den drei vorher genannten zu tun haben. Was wir aber dachten, dass die irgendwie miteinander verwandt sind, sind sie aber nicht. Und zwar ist das Papist Blankert. Das ist der, den wir letzte Woche auch schon mal erwähnt hatten. Der hat mal die Jürg-Tour gewonnen. Also aktiver Profi, auch gar nicht so unerfolgreich. War auch früher bei Katusche Alpecin für ein Jahr, glaube ich. Genau. Dann sein jüngerer Bruder Edward Blankert. Der ist wiederum der Teamkollege von Philipp Weizlin bei Alpecin Phoenix. Und dann haben sie noch einen Bruder, Emil Blankert, der fährt bei Sport Flanderen. So, der Edward Blankert, der jetzt bei Alpecin Phoenix fährt, kommt auch von Sport. Der nicht der Eddie Blankert ist übrigens. Genau, der nicht der Eddie Blankert ist. Der kommt auch von Sport Flanderen. So, der Emil und Edward Blankert waren dann quasi in dem Team, wo Walter Blankert sportlicher Leiter ist. Aber Walter Blankert hat nichts mit dem Blankert zu tun. Und genau, die drei Brüder, Papist, Edward und Emil, sind wiederum die Enkelkinder von Willi Trouillet. Ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht. Dann halt der Opa der drei Brüder. Und der war unter anderem Sieger der Flandern-Rundfahrt und auch belgischer Meister. Also, wenn du Blankert heißt in Belgien, bist du wahrscheinlich erfolgreich im Radsport. Kriegst du mit der Geburtsurkunde direkt einen Prüfvertrag. Ja, das ist krass. Ich hoffe, ihr habt es alle kapiert. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es raussuchen konnte. Ich habe jetzt einen kompletten Durchblick eigentlich. Ich habe komplett abgeschaltet. Nee, das ist ganz einfach. Die drei alten Blankerts sind Brüder und die drei jungen Blankerts sind Brüder. Aber die sind nicht miteinander verwandt. Also die Brüderpaare. Und nicht Paare, sondern ja. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer was gewonnen hat. Aber auf jeden Fall sehr... Genau, die alten Blankerts haben irgendwie alles mal gewonnen. Und die jungen noch nicht. Bei Francesco Blankert musste ich an Francesco del Ponte denken. Kennt ihr den? Ist es der, der auch mal crossgefahren ist? Nee, das war Ponzini. Francesco del Ponte ist ein Deckname, den sich Frank Vandenbroke mal gegeben hat, als er seine Dopingsperre in Italien abgesessen hat und dann Amateurrennen unter dem Pseudonym Francesco del Ponte gefahren ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Radsport. Ich habe zu meiner Kategorie so ein bisschen recherchiert wieder die Woche. Gibt keine Folge diese Woche, aber über unter anderem mal das Thema Frank Vandenbroke da. Es gibt halt wirklich so Themen. Du Andi, du hast gerade schon mit den Augen gerollt, aber genau das musst du da auch wirklich machen. Es ist unfassbar, was da teilweise passiert ist. Naja. Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber ich muss dazu sagen, die Überlegung irgendwo incognito zu starten, hatte ich natürlich auch schon mal. Francesco del Ponte, die Lizenz, hatte ein Foto von Tom Bohnen. Okay, das ist natürlich geil, ja. Aber ich hätte noch eine Frage an den Gravel Pro Paul Force. Ja. Und zwar, jetzt hast du ein Rennrad, also du hast ein Fahrrad, das kein Rennrad ist und auch kein Mountainbike. Wonach suchst du dir jetzt deine Schuhe aus? Je nachdem, ich wechsle immer Pedale. Ja? Ja. Okay, also ich sehe es schon, also wenn du mal irgendwo ein Gravel oder was auch immer Rennen fährst, wo man vielleicht mal laufen müsste, dann nimmst du natürlich die Schuhe. Warum nimmst du nicht immer die Mountainbike-Schuhe? Weil Stackheim ist also die Höhe, die sind höher einfach, also der Aufbau ist höher insgesamt. Und ich finde auch, der Druckpunkt ist ein anderer beim Mountainbike-Vergleich zu Straßenschuhen. Ich fahre jetzt übrigens auch nicht mehr Speedplay, sondern auch SPD-SL. Ja genau, SPD-SL und das fühlt sich halt einfach viel, viel geiler an. Und genau. Ich finde das Gefühl in einem Straßenschuh ist, kommt mir solider vor als in einem Mountainbike-Schuhe. Vielleicht kann auch ein subjektives Gefühl sein, ja. Gravel-Schuhe gibt es ja auch schon, da musst du mir jetzt an der Stelle auch nochmal irgendeiner erklären. Ja, gibt es. Was ist das Geheimnis davon dann schon wieder? Soll ich es so sagen? Aber was meinst du, du findest jetzt die Shimano-Pedale besser als die Speedplay-Pedale? Ja, ja, bei Speedplay hat mich immer gestört. Also erstmal ist es für meinen Zweck, was ich jetzt mache, dass ich eventuell doch mal in den Dreck steige, ja. Speedplay halt scheiße, weil die sofort dicht sind und dann geht gar nichts mehr, ja. Und ich fand es mit dem Einstellen und ich finde Speedplay macht für mich nur Sinn, wenn man die Platte direkt an die Schuhe schrauben kann. Aber die meisten Schuhe haben halt einfach nur drei Löcher und nicht vier, was du für Speedplay benötigst. Wobei die meisten Speedplay-Schuhe, Speedplay-Sohlen den gleichen Abstand haben zur Pedalachse, wie wenn du einen Adapter benutzt. Ja, also ich kann, ich mochte es nicht und ich mag es mit SPD-SR jetzt mehr. Genau. Aber Gravel-Schuhe, der Unterschied ist jetzt irgendwie nochmal, du kannst mit denen gehen. Also die sind nicht, also ich habe jetzt einen richtigen Rennradschuh voll Carbon und auch einen Mountainbike-Schuhe voll Carbon. Ich habe keinen Gravel-Schuhe, ne. Also mit dem würde ich jetzt nicht durch die Gegend laufen wollen, aber so einen Gravel-Schuhe gibt es jetzt mittlerweile vor allen Dingen Herstellern, die sind halt vor allen Dingen vorne in der Spitze, flexen die ein bisschen mehr, sodass du halt, also nicht beim Fahren, sondern beim Gehen, dass du so ein bisschen so einen normalen Gang haben kannst. Okay, verstehe. Verstehe. Ja, Hammer. Richtig nice. Also ich fahre extra Speedplay-Pedale mit Aeroclid, weil man auf den super gehen kann. Also ich bin auch auf keinem Rennschuh mit keinem Pedalsystem besser gelaufen. Das stimmt, ja. Das stimmt schon. Mit denen kann man ganz gut weglaufen auch. Was ist Froome damals gelaufen? Ich glaube auch Speedplay, ich fand sie nie gefahren. Keine Ahnung. Ne, ich glaube die fahren Shimano. Ne, der ist ganz normale Shimano-Pedale gefahren auch. Okay, okay, gelaufen. Ja, aber der ist ja auch halber Kenianer, der kann mit allen Schuhen laufen. Das stimmt. Ja, mir gerade hier jetzt auf Instagram, tatsächlich hier brandaktuell, schickt mir jemand hier einen Beitrag zu einem Thema, was wir eh anschneiden wollten. GCN auf Deutsch. Der Beitrag ist 46 Minuten alt. Hier ist ein Foto von Bernhard Eisel und die Beschriftung dieses Fotos lautet Ex-Profis, was machen sie heute? GCN auf Deutsch Show. Eisenhardt geklaut, Freunde. Was geht ab? Copycats. Also ich finde auch, dass wir da irgendwie, ah, hier müssen wir mittlerweile schon mal hier so Patente anmelden oder so Markenrecht. Das ist ein bisschen. Ja, Moment. Also wir haben jetzt die Kategorie auch nicht erfunden. Natürlich, natürlich. Ja, nochmal schönen Gruß, Radsportnews.com hat es glaube ich schon vor 10 Jahren gemacht und davor hat es wahrscheinlich auch schon mal jemand gemacht. Also keine neue Rubrik, sorry. Radsportnews, echt? Ja doch, das gab es mal, also als die noch jung und engagiert waren, mittlerweile wird da ja auch viel einfach nur vom Englisch und aufs Deutsch übersetzt, aber man kann auch nicht zu viel erwarten, kann man verstehen, ist viel Arbeit, glaube ich, die Seite. Und wahrscheinlich für wenig Ertrag. Ja gut, ich bin mal gespannt, ob die jetzt hier Floyd Landis bringen und Riccardo Ricco, was hier so in den nächsten Wochen aufploppen wird. Aber das Thema... Welche Quellen sie dazu angeben? Ja, dann wäre es okay. Aber das Thema GCN auf Deutsch war eigentlich ein anderes. Will jemand von euch? Ja, ich mache gerne. Ja bitte. Okay, also... Ja, also... Ja, ich meine, betrifft ja auch einen ehemaligen Teamkollegen von mir, auch wenn es nur ein Jahr war, zum Glück. Ah ja, stimmt. Ja, genau, da war mal was. Nee, es geht um Björn Thurau. Ich weiß nicht, ob er jetzt bei GCN in dem Video noch vorkommt oder ob er mittlerweile vielleicht auch vorübergehend beurlaubt ist, wie auch immer. Aber den, ja, wie soll man sagen, wie heißt das Ding nochmal? Der Prozess? Adalas, genau. Der Prozess Adalas ist rausgekommen, dass es wohl einen Nachrichtenaustausch, ich glaube, via SMS zwischen Pilmin Lang, dem Schweizer, der des Dopings überführt wurde und Björn Thurau gegeben haben soll, wo es da drum ging, dass, ich glaube, Pyrmin Dopingmittel von Björn Thurau kaufen wollte, wie ich es jetzt verstanden habe. Da ging es irgendwie so um die Richtung. In die Richtung soll es wohl gegangen sein. Und Björn Thurau ist wohl keiner der Namen, die im Vorfeld gemeint waren. Wo hast du denn das gelesen? Das habe ich jetzt schon irgendwo gelesen gehabt. Ich glaube, bei der SZ stand das in der Süddeutschen Zeitung. Das steht auch wirklich in, glaube ich, hier ARD. Ja, ich weiß nur, dass es um den Kauf von, also wer von wem da jetzt gekauft hat. Das, was Paul jetzt erzählt hat, steht auch wirklich hier so bei Harjo Seppelt ARD ZDF und so. Und, wie gesagt, Björn Thurau ist anscheinend nicht einer der Deutschen, die irgendwann mal genannt wurden, die in dem Prozess verwickelt sind, aber wo es die Namen, wo die Namen noch nicht bekannt sind. Und er ist keiner davon, das heißt, er ist ein weiterer Name. Er ist interessant. Also, mich hat es jetzt nicht überrascht. Man soll ja keine Menschen im Vorfeld verurteilen, aber man kann ja trotzdem sagen, dass es einen vielleicht nicht überraschen würde. Warum hat es dich nicht überrascht? Gibt es einen ganz, ganz offensichtlichen Grund, wo man schon einen Verdacht, der schon verdachterweckend sein könnte? Ja, einfach Aussagen. Ein WG-Kollege? Sein Mitbewohner zum Beispiel. Also, das zum Beispiel, aber auch Aussagen, die über die Jahre getroffen wurden. Und halt einfach das ganze Verhältnis zum Thema Doping, wenn es nicht vor den Medien stattfindet. Genau. Das finde ich ist halt immer so ein bisschen... Wer es nicht weiß, Björn Thurau hatte mal sowas wie eine WG mit Patrick Sienkewitz. Und eigentlich sträube ich mich schon seit längerem, Björn Thurau zu kontaktieren, dessen Nummer ich auch habe, um zu fragen, was macht eigentlich Patrick Sienkewitz? Aber, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind gar nicht so viele unserer Zuhörer so fit, was diese Leute angeht, ne? Also diese beiden genannten Namen jetzt. Patrick Sienkewitz auch, ja, weiß ich nicht, in letzter Vergangenheit, man hat jetzt schon ein paar Jahre nichts mehr gehört, aber eher auch traurige Geschichte. Auch mal sehr berühmt gewesen, sehr in Anführungszeichen erfolgreich. Dann schon abgestürzt irgendwo, mehrfach positiv. Irgendwann in Italien gefahren, sehr dünn gewesen, also so, dass man auch sofort gesehen hat, dass das gar nicht mehr gesund war. Ja, ja, und die beiden hatten irgendwie ein Haus zusammen in Fulda oder hatte einer, ja, egal. Deswegen denkt man auf jeden Fall, dass Björn Thurau da nicht weit von entfernt war. Ja, also ich finde, man muss jetzt, also ich will es auch mal betonen von meiner Seite, es ist keine Vorverurteilung, vielleicht ist auch nichts an der Sache dran, aber trotzdem ist es für mich, wenn es so wäre, nicht überraschend, ja. Ich wollte gerade sagen, das würde mich dann doch wiederum sehr überraschen, wenn da nichts dran ist. Ja, aber auch, ja, was sie sagt, hat es gerade schon gesagt, traurige Geschichte, habe ich mir in zweiter, mein zweiter Gedanke war das dann auch irgendwie schon direkt. Ich bin, jetzt muss ich dich rechnen, wir haben am Anfang der Folge über meinen Geburtstag gesprochen, da war 34, U13 oder U15, ich weiß, jetzt bin ich mir auch noch, das weiß ich auch noch nicht mehr mehr. Ich bin auf jeden Fall, die Kids Tour in Berlin, die gibt es glaube ich für, oder gab es, für U13 und für U15-Fahrer und ich meine, ich wäre in der U13 zusammen mit Björn Thurau in einem Mix-Team gefahren. Also meine Eltern und Björns Eltern, die kannten sich natürlich auch irgendwie beide oder alle, ja, Didi Thurau, wem der Name jetzt auch nichts sagt, auch ein ehemaliger Rad, deutscher Radprofi, meine Eltern sind auch beide Rad gefahren und da waren dann halt irgendwann schon so Berührungspunkte. Also ich kann mich auch daran erinnern, so eine meiner ersten Radränen, die ich gefahren bin in der U13-Klasse waren dann auch schon noch mit Björn Thurau zusammen und das war damals schon traurig, als er mir dann gesagt hat und er war dann elf Jahre alt, dass er noch nie bei McDonalds war. Also das war irgendwie, das konnte ich damals gar nicht fassen und wir wollten dann auch tatsächlich, habe ich dann gesagt, ja komm, wir gehen jetzt nach der letzten Etappe von der Kids-Tour, die auf dem Kuhdarm damals geendet ist, wir gehen jetzt zu McDonalds und dann durfte er nicht. Unfassbar. Das war vielleicht schon nicht so die, ja auch, ich meine, Dietrich Thurau war glaube ich so der größte Name bis Jan Ullrich so im deutschen, naja, vielleicht nicht ganz, aber schon auch lange mal im gelben Trikot gefahren, also schon ein großer Name im deutschen Radsport und ich sage mal, war so Ende der 90er, wenn du da irgendwie dann als Sohn von Dietrich Thurau Radrennen gefahren bist, also ich meine, es war schon irgendwie als Andreas Stauf hier in Nordrhein-Westfalen manchmal komisch, immer so dann über Lautsprecher der Sohn von und so weiter. Ich glaube, es war dann an seiner Stelle noch ein bisschen extremer und ich habe dann jetzt auch nochmal so ein bisschen geguckt, wie eigentlich so seine Karriere danach verlaufen ist, weil danach hatten wir irgendwie nicht mehr so viele Berührungspunkte, wir sind gar nicht mehr allzu viele Rennen zusammen gefahren, aber ich meine, er wäre dann auch schon in der Juniorenklasse nicht mehr für ein deutsches Team gefahren. Ich glaube, er ist in der Schweiz gefahren dann, ja. Er ist in der Schweiz gefahren, ist dann auch ganz schnell Profi geworden, also hat glaube ich auch die U23-Klasse mehr oder weniger übersprungen und ist dann auch bei Elkhaus oder wie hieß denn das Team nochmal, Profi geworden, wo jetzt im Nachhinein auch ein paar Leute schon dabei waren, die nicht ganz so eine saubere Weste haben und ich denke mal da auch klassischer Fall irgendwie, ja erstmal das soziale, also das Elternhaus ging dann damals auch irgendwie schon zu Bruch, so jetzt mal so der private Hintergrund, dann ja als junger Fahrer in so ein Umfeld rein, vielleicht eine Geschichte, die zu der Zeit nicht mehr allzu häufig passiert ist, also wahrscheinlich in den 90er Jahren noch gang und gäbe war, Anfang der 90er, wenn du da als junger Fahrerprofi geworden bist, bist du wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann mal mit irgendwelchen Dopamitteln in Berührung gekommen und konntest dich dann entscheiden, ja oder nein, das war glaube ich zu der Zeit, als Tourer oder ein Profi wurde, schon nicht mehr so offensichtlich oder zumindest mal in den Teams, wo ich gefahren bin, nicht mehr. Ja, wie sich das dann so, wahrscheinlich einfach immer so, dann einmal in diesen Teufelskreis reingekommen und dann, klar, wer mit Senkewitz in der WG wohnt, der, denke ich mal, bleibt da nicht, der guckt ab und zu mal in den Kühlschrank rein, ne? So. Ja. Mal sehen, was da rauskommt. Am Ende bist du selbst verantwortlich für das, was du tust, egal was deine Vorgeschichte ist und ja, jetzt können wir abwarten, wie das Ganze weiter verfolgt wird. Ich glaube, die NADA ist dran oder wurde informiert und bald wissen wir mehr, was da genau passiert ist. Was man dazu sagen muss, ist, dass natürlich jetzt die Beweise, die da zu lesen waren, sind nicht Beweise für praktiziertes Doping, sondern eben nur für den quasi Handel damit, Transport und so weiter. Mal sehen, was da noch so rauskommt. Wird natürlich schwierig, da jetzt irgendwie auf die Distanz von Jahren zu ermitteln, denke ich mal. Aber man wird noch was hören. Ich denke, die lehnen sich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster und nennen diesen Namen, wenn es nichts Handfestes gibt. Ja, und dann ist halt irgendwo spannend, ne? Wir haben ja selber so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von diesem GCN Deutschland da mit verfolgt. Wie verfährt man mit sowas? Da gab es eigentlich jetzt halbwegs erfreuliche Nachrichten aus der Ecke. Ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist, ob wir das jetzt hier wieder auch verraten. Und zwar wird ein ehemaliger Fahrer vom Team Lotto Kernhaus jetzt den Job von Mario Vogt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, übernehmen und Presenter. Ja, und eigentlich dachte er, er wird das jetzt mit Björn Thürer zusammen machen. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so sein. Richie Weinsheimer. Genau. Ja, echt? Ja. Geil. Und Richard Weinsheimer, auch bekannt als Richie. Richie W96. Ist unter anderem der Cousin von Max Walscheid, der ja auch schon im Podcast war, in Folge 86, nein, keine Ahnung. Profi beim Team Kubeka Assos, Assos Kubeka. Und ja, eigentlich auch recht talentierter U23-KT-Fahrer. Und dumm. Ja, aber. Was? Und Dummschwätzer. Und relativ talentierter Dummschwätzer. Also sehr unterhaltsame, wenige Rennen habe ich nur mit ihm machen dürfen. Aber, ja, er wird jetzt das Ganze da vielleicht jetzt erstmal alleine. Man weiß nicht, wie schnell kriegen die jetzt noch einen zweiten? Ja gut, der ist ja noch nicht. Wie viel haben die vorproduziert? Und ja, auf jeden Fall ein sehr witziger, sehr eloquenter junger Mann. Den kann man sich dann vielleicht mal eher anschauen. Ja, auf jeden Fall. Also ich werde es alleine schon deswegen, weil ich ihn kenne, mir mal jetzt ab und zu rein, ab und zu gönnen. Und er hat auch schon ein paar Sachen aufgenommen. Ja geil, das wusste ich gar nicht. War da so ein bisschen in Kontakt. Ich habe mal, ich glaube eine Stunde lang mit ihm telefoniert. Den Kontakt hattest du auch hergestellt zu dieser GCA-Bundesliga, um mich über die Fahrer da zu informieren, die da mitfahren, die er kennen. Und das war halt auch super witzig einfach. Nur Schrott erzählt und ich hatte halt geile Schrott-Infos zu den Leuten. Ja, Hammer. Tatsächlich könnte der auch wahrscheinlich eine Karriere als Stand-up-Comedian oder sowas anstreben. Aber ja, er ist jetzt gerade so zwischen Bachelor und Master. Macht jetzt ein bisschen GCN auf Deutsch. Fährt auch noch Rad für das Amateur-, also das Rundstreckenteam-Kernhaus. Das gibt es ja auch noch hier vom Köln-Blitzspich. Ja, also Verein in der Nähe von Köln. Fährt immer noch Rundstreckenrennen, ja. Ja, GCA-Bundesliga geht übrigens Samstag wieder an den Start. Samstagabend, fünf Etappen jeden Samstag, 18 Uhr, von sie kommentiert. Mit Lennart. Ah, okay. Also, zoomt rein. Swiftet rein. Swiftet rein. Ich glaube, Anmeldung könnte noch offen sein. Paul, mach du doch mit. Habe ich mir auch schon überlegt. Dann kannst du endlich mal eine Bundesliga fahren. Ja, stimmt. Jetzt wurde der BDR die Regeln. Alter. Ich bin gerade übrigens dabei, dir noch so ein Mix-Team zu organisieren. Also, halte ich fit. Ja, nee, Storby. Das muss funktionieren. Wenn die denn jetzt wirklich hier rausboten, das kann nicht sein. Ich habe noch ein paar internationale Top-Talente am Start. Aber warum haben die das gemacht? Also, was soll das? Verstehe ich. Ja, extra wegen dir, glaube ich. Ja, Vorsicht. Leute. Ich will jetzt gar nicht bestreiten, dass das nicht irgendwie aus der Ecke von uns kommt. Nein, Quatsch. Leute, wer es noch nicht weiß, dieses Jahr wurde jetzt, Paul hatte ja vor, sich auf seine Gravel-Karriere mit richtig harten Bundesliga-Rennen in Form zu bringen und die Jungs zu ärgern. Hat sich auch nicht drauf gefreut. Und dieses Jahr wird jetzt einfach die Regel eingeführt. Als Einzelstarter darfst du dich nur noch anmelden, wenn du U23 bist. Was Paul jetzt zugegebenermaßen nicht mehr ist. Er leicht drüber, ja. Aber das ist echt schade. Ich habe das gelesen, ich wollte schon irgendwie Anmeldungen rausschicken und dann habe ich gesagt, okay, lese ich mal die Regularien durch und dann steht das da. Das stand noch nie da drin. Ich weiß nicht, das verstehe ich wirklich nicht. Es gibt so viele geile Möglichkeiten, um U23-Fahrern irgendwie diesen Zugang zur Bundesliga schöner zu machen. Madig zu machen, wenn man sie abhängt. Aber warum sperrst du jetzt? Paul Voss. Nee, aber ich finde es sehr gut, wenn... Der Göni hat hier zugehört, ich sage es dir. Ja, mag er sein, aber ich finde es an sich gut, wenn starke nationale Rennfahrer, jetzt nicht ich, sondern irgendwer starke nationale Rennfahrer, bei Bundesliga-Rennen teilnehmen kann. Jetzt nicht ich, also ich, aber... Nein, mir geht es ja gar nicht nur um mich, aber ich meine, jede Person, die so ein Radrennen schneller... Ja, okay. Also ich glaube, du fällst ja jetzt vielleicht unter die Kategorie, du würdest einen Mehrwert bringen, aber ich glaube sonst eher die Einzelstarter, die schon ein bisschen älter sind, bringen da jetzt nicht unbedingt den Mehrwert. Also meiner Meinung nach müsste das Ganze sowieso noch weiter reduziert werden. Ja, also wir haben jetzt bei den internationalen, also einfach bei UCI-Rennen ab Kategorie 1.2 oder 2.2 eh schon reduzierte Starterfelder. Also du hast bei einer Rundfahrt, einer 2.2-Rundfahrt eigentlich nur noch sechs Starter, bei internationalen U23-Rennen sogar nur noch fünf. Du hast bei Eintagsrennen maximal sieben Starter und dann hast du die Bundesliga mit acht pro Team. Also das macht es einfach auch super schwierig. Nur noch Einzelstarter, Staufi, nur noch Einzelstarter. Ja, oder nur noch Einzelstarter. Macht es auch einfach der Rennplanung schwierig, weil... Staufi, ich habe mal eine Frage. Wenn du einen Paralleltermin hast, wie viele Fahrer willst du eigentlich in deiner KT-Mannschaft haben, wo du eh schon Budgetschwierigkeiten bekommst, ein Dutzend Fahrer zu beschäftigen? Ja, wie willst du denn 16 Fahrer? Und solange der Bundesliga eben nicht den Mehrwert bietet für einen jungen Fahrer, würde ich ja auch nie sagen, wir fahren jetzt ausschließlich nur noch die Bundesliga rennen. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Meldest du ein Team an, ja? Ja, ich bin gerade dabei. Also gerade heute noch ein Gespräch gehabt mit einer amerikanischen Geheimwaffe. Der darfst du eigentlich auch fahren, das ist ja international in der Bundesliga. Ja, also wenn du jetzt richtig sagst, ich habe auf jeden Fall Bock da mitzufahren, dann klar, besorgen wir dir jetzt hier noch eine kleine Truppe, die dich da unterstützt und dir die Flaschen holt und so weiter und so fort. Nee, ich hätte echt einfach Bock da mal mitzufahren, weil letztes Jahr immer aus dem Auto und dachte ich mir, ey Jungs. Einfach mal zu gucken, was geht denn. Ja, genau. Und letztes Jahr immer aus dem Auto und dachte mir, ey Jungs, das ist doch ganz einfach. Ja, genau. Es macht doch einfach. Jetzt seid ihr so langsam, Straße frei, fahrt doch. Als Pavel Fuchs kannst du einfach mitfahren. Als Pavel Fuchs, ey, ganz ehrlich, ich weiß, das war früher, als man noch so Fußball gespielt hat und dann so aus den Jugendklassen so ein bisschen älter war und aber nicht mehr gut genug für die richtigen, also für die erste Mannschaft von der Jugend, dann sind ja oft viele mit einem gefälschten Spielerpass und haben dann bei Senioren mitgespielt. So wie Pfannenbruch einfach. Vielleicht können wir es umgekehrt machen. Ja, genau. Pavel Fuchs, Pavel Fuchs, Paolo Fossini. Ja, genau. Hier in Berlin, Brandenburg war es immer gang und gäbe, dass die Polen rübergekommen sind und dann bei Juniorenrennen halt irgendwelche Männerfahrer mitgefahren sind, halt mit auch gefälschten Lizenzen und dann dachte ich, Alter, die sind richtig ausgewachsen, einfach Männer. Ein paar Mal ist es auch aufgeflogen, so habe ich dann auch mal Radrennen gewonnen. Ja. Wo die in Polen halt bei Männerrennen gestartet sind und dann hier auf einmal bei Juniorenrennen, das war dann immer so ein bisschen merkwürdig. Nee, okay, Staufi, du bist ja mein Manager, von daher bin ich mal gespannt, was du da auf die Beine stellst. Ja, das muss einfach klappen, ganz ehrlich. Das ist einfach, Paul Fuchs, Bundesliga, das muss jetzt stattfinden 2021 und nicht. Ich wollte ja auch eigentlich erst, meine erste Idee war ja Team Besenwagen an den Start zu schicken, mit Fabian und hier der Rakete von Sie Marx für die Sprintanfahrten. Aber die beiden wollen ja nicht, die wollen nicht eher in die Jedermann-Szene reinziehen. Wie viele Leute braucht man für ein Bundesliga-Team? Du brauchst U23-Fahrer, oder? Ja, auch da, wir nehmen Bewerbung an jetzt auch einfach. Hier noch mal der Aufruf. Ja, genau, jetzt offizieller Aufruf. Einfach ganz formlose Bewerbung. Ja, genau. Sieben Stück brauchen wir. Ein paar U23-Fahrer. Ja, aber brauchen wir sieben Fahrer. Wenn ihr noch keine U23 seid, vielleicht können wir euch den Lizenz besorgen. Also so aus den Senioren runterstufen wollen wir jetzt keinen mehr. Aber so ein 16-Jähriger, der einfach Bock hat, schon ein bisschen U23-Bundesliga zu fahren, einfach mal Bewerbungen schicken. Nee, das ist irgendwie auch nicht erlaubt. Du kannst jetzt nicht einfach früher aufsteigen. Das ist immer noch so ein Problem. Alles Problem ist... Wo du einfach mal mit 17 bei der ersten Bundesliga auflaufen kannst. Ich glaube doch, ist das nicht als Bundesliga-Team, ist es doch dann wieder mit den Vereinen und sowas kompliziert. Aber müssen wir uns nochmal reinlesen. Aber Aufruf ist hiermit... Hey, wir können doch noch einen Verein gründen. Also das ist auch nicht so schwer. Ich habe mir dann mal aufgerufen, Nachrichten am Besenwagen. Mal gucken. Ja, also eine Handvoll Fahrer kriegen wir hier locker zusammen. Ja, das denke ich auch. Die noch ein bisschen Bock haben. Richard Weinsheimer schreibt mir gerade aktuell. Geil. Der ist leider schon bei einem Team, aber auch der. Wenn der wüsste, dass wir gerade vor fünf Minuten über ihn geredet haben. Hier so Radsportmedien. Team Deutsche Radsportmedien. Ja. Richi, du bist hier aktuell in der Besenwagenaufnahme drin. Wir haben gerade vor fünf Minuten über dich geredet. Also ich antworte dir jetzt nicht. Du kannst dir das am Donnerstag anhören. So, Sprachnachricht abgeschickt. Genau, obwohl wir jetzt eh gerade bei Teams sind, ganz kurz. Und zwar halte die Ohren und vor allen Dingen die Augen offen am 1. und 2. auf vor allem meinem Social-Media-Profil. Da wird etwas bekannt gegeben. Adpaulo4s7. Genau. Instagram-Handle. Das geht richtig viral. Richtig viral. Adpaul-Unten und dann Foss mit Doppel-S. Und vielleicht sogar beim Besenwagen. Wenn ich die Jungs hier noch besteche, dann dürfen wir es auch beim Besenwagen. Keine Reaktion. Da gehe ich davon aus, dass es durch ist. Logo. Gut. Immer Backup. Besenwagen. So, ein großes Thema noch die Woche. Jetzt haben wir das erste große Thema abgehakt. Dümelands, Tom, hat keinen Bock mehr. Mal ganz kurz eine Frage. Das große Thema, was wir abgehakt haben, war das ein Umzug nach Düsseldorf oder was war das? Das lassen wir jetzt mal offen. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ja, gut. Ja, Tom Dumoulin tritt temporär vom Radsport zurück. Und das irgendwie ein oder zwei Tage, nachdem er noch sich offiziell gefreut hat, bei Estrada Bianca am Start zu sein und so weiter. Ja gut, ist jetzt nicht verwunderlich, dass man erstmal irgendwie den Schein wahrt, auch wenn es da in einem vielleicht schon anders aussieht, bis man da die endgültige Entscheidung dann auch mit dem Team irgendwo klargemacht hat. Aber krass, finde ich ja erstmal gut, so eine Entscheidung zu treffen. Weil so mit dem Mindset, mit den Gedanken, dann Rennen zu fahren, ist auf jeden Fall nicht so geil. Und sind wir ehrlich, Tom ist jetzt mal in der komfortablen Situation, zumindest nicht mehr Rad fahren zu müssen, unbedingt jetzt so. Ja, auch die Summen, die ich da gehört habe, wenn die stimmen, was er pro Jahr bekommen hat, dann Halleluja auf jeden Fall. Wo hast du das gehört? Oder was sind die? Drei Millionen pro Jahr habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Drei Millionen? Ja, aber das habe ich nur gelesen. Okay. Ja. Ja, es lohnt sich. Da muss er, also hat er jetzt auf jeden Fall keinen Stress. Nee. Kann ich mal sagen. Also kein Stress, keinen finanziellen Druck, sagen wir mal so. Stress hat er ja anscheinend doch irgendwo. Und für alle, die das jetzt nicht so mitverfolgt haben, der ist halt einfach nicht so ganz happy mit dem, mit dem, ja, seinen aktuellen, seinen aktuellen Lebensumständen. Er ist halt vielleicht auch ein bisschen dem modernen Radsport, wenn man das so nennen kann, geschuldet, dass er halt eben super viel auch unterwegs ist. Er ist jetzt auch Vater geworden, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwann jetzt in letzter Zeit. Und, ja, also gerade wenn man so ein Gesamtwertungsfahrer ist, sage ich jetzt mal. Also früher war das so, im alten Radsport, sage ich mal, hast du im Dezember ein Team-Trainingslager gehabt, vielleicht eine Woche. Dann kam noch eins im Januar, vielleicht ein bisschen länger als eine Woche. Und dann bist du die Saison gefahren und zwischen den Rennen warst du eigentlich immer zu Hause. Also heutzutage ist es schon so ein bisschen anders. Du hast halt viel mehr Trainingslager zwischen den Rennen, hast vielleicht nicht mehr auch so viele Rennen. Aber wenn du dann von dem Rennen wiederkommst, dann geht es vielleicht schon direkt ins nächste Trainingslager. Also wenn man mal so von 200 bis 250 Tagen ausgeht, die man schon im alten Radsport nicht zu Hause war, dann ist das jetzt bestimmt eher 250 bis 300 Tage, die man im neuen Radsport wahrscheinlich unterwegs ist. Also so in dem Dreh, denke ich mal, bewegt sich das. Und ich glaube, das ist halt einfach nicht für jeden. Also egal, wie gut du als Athlet bist, aber das, was du mitbringen musst, um das halt einfach so durchziehen zu können, auch über lange Zeit, also da bin ich echt mal gespannt, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickeln wird. Gerade auch mit der Tendenz jetzt, dass die Fahrer immer jünger Profi werden. Also das ist schon kein einfacher Lifestyle. Und gerade wenn du ein bisschen sensibler bist oder vielleicht, ich nenne es jetzt einfach mal sensibler, dann kann ich das schon ganz gut nachvollziehen, so eine Entscheidung zu treffen, auch in der Position. Ich meine, er ist immer noch einer der besten Rennfahrer der Welt und ein Teamkapitän bei einem der besten Teams der Welt. In der Situation, wovon viele träumen, in so einer Situation sein zu können, kann ich aber auch verstehen, auf der anderen Seite, dass es nicht ganz so einfach ist, mit den ganzen Entbehrungen, die du da noch sowieso zusätzlich zu tragen hast, neben der Disziplin, die du als Athlet brauchst, ist schon nicht so einfach für jeden. Da muss man dann schon wiederum für gemacht sein, glaube ich, um das einfach alles so locker mitzumachen. Wir hatten ja da mal in der Folge, die wir mit Henrik Werner aufgenommen haben, der dessen Coach bei Sunweb war, schon so ein paar Einblicke bekommen. Ich glaube, ich habe auch so privat von Henrik immer mal wieder Geschichten gehört, dass Tom halt auch wirklich, was du schon sagst, ein sensibler Mensch ist. Und dass das aber halt auch ein besonderer Charakter ist, der wohl sehr gut für sich selbst Entscheidungen auch treffen kann, was er da jetzt auch wieder gemacht hat. Wie gesagt, ich stehe da völlig dahinter. Ich finde es klasse, es hat auch irgendwo eine Vorbildfunktion, nicht unbedingt immer da Arbeitsverträge erfüllen zu müssen, wenn dich das irgendwo unglücklich macht. Klar, wenn du die Kohle brauchst, brauchst du die Kohle. Aber wie gesagt, da ist er in der komfortablen Situation und finde ich einfach gut, das auch auf dem Wege nach außen zu tragen, jetzt da auch ohne irgendwelches negatives Geschreibe dabei. Was ich mich direkt gefragt habe, ist, wie sind die UCI-Regeln jetzt für Jumbo Wismar? Die verlieren natürlich einen total wichtigen Fahrer für viele große Rennen. Und wir wissen, deren Kader ist grundsätzlich ausgelastet. Können die jetzt einen nachkaufen? Da müsste ich jetzt gerade mal gucken. Also die Frage ist natürlich, dir fehlt mir jetzt ein Fahrer von einem Format von Tom Dümüller. Gibt es noch so einen Fahrer? Auf dem freien Markt. Wir haben jetzt mit Marc Kirche gelesen oder mitbekommen, man kann auch mal einen Freifahrer noch wechseln lassen. Es ist ja auch so, dass Tom Dümüller in unbezahlten Urlaub geht. Das bedeutet, ein bisschen Budget ist frei. Paul Voss. Paul, pass auf, jetzt kommen die Trades hier. Scheiße auf Bundesliga. Trainiere ich mal noch ein bisschen nachlesen. Also pass auf, es ist so, Jumbo Wismar, bin ich jetzt hier im richtigen Jahr, hat aktuell inklusive Dumoulin 28 Fahrer unter Vertrag. Das UCI-Limit ist bei 32 für 21. Also könnten ohne Probleme jetzt noch einen weiteren Fahrer mit an Bord holen. Aber wie gesagt, ich glaube der Markt ist relativ ausverkauft, was so die absoluten Top-Fahrer angeht. Oder fällt dir jetzt noch einer ein, der jetzt irgendwie gesagt hat, ich höre jetzt doch auf, obwohl ich noch gerne fahren will. Das haben schon viele aufgehört, aber eben keiner von so einem Format. Oder ist jetzt auch niemand mehr, der noch pokert auf dem Vertrag. Ja, ist ein komischer Zeitpunkt. Hier oder da gibt es noch so ein paar, doch auch gute Fahrer, denke ich, die keinen Platz gefunden haben. Aber eben jetzt keiner mehr, der wirklich ansatzweise in Dumoulin ersetzen könnte. Oder auch noch sonst irgendwie einen wirklichen Mehrwert bringt. Also da ist da, glaube ich, schon nichts mehr am Start. Vielleicht ziehen sie noch einen Nachwuchsfahrer früher hoch. Ich meine, die haben das Debo-Team unten dran. Die haben auch im letzten Jahr schon immer mal wieder so Fahrer gewechselt, was ja jetzt auch seit kurzer Zeit möglich ist. Ich weiß gar nicht, wann genau die Regelung kam, dass man aus dem eigenen Debo-Team Fahrer austauschen kann. Also es kann jetzt gerne mal ein Debo-Fahrer ein paar Profi-Rennen fahren, aber auch ein Fahrer von dem World Tour-Team mit dem Continental-Team oder dem Debo-Team an Rennen teilnehmen. Also das ist möglich. Das haben die letztes Jahr auch schon ein paar Mal gemacht. Und vielleicht werden sie da jetzt auch eben, klar, da rückt jemand auf auf den Platz von Tom Dumoulin für Rennen wie die Tour de France oder Strade Bianchi und so weiter, der wiederum in einem anderen Programm irgendwo einen Platz frei macht. Und vielleicht werden sie da jetzt einfach ein bisschen mehr noch mit jungen Fahrern arbeiten. Das kann ich mir gut vorstellen bei dem Team. Dafür haben sie das Debo-Team ja auch. Und vielleicht holen sie aber auch einfach noch einen älteren Fahrer, weil du kannst auch nicht die Jungen überall hinschicken. Aber ansonsten kannst du den halt jetzt auch gar nicht ersetzen. Also den kannst du so schon schwer ersetzen, wenn jetzt alle Fahrer verfügbar wären. Deswegen, ja, aber ansonsten, ich meine 27 Fahrer bei einer vollen Saison ist schon auch, sind nicht zu viele. Ja, genau. Das ist eher so das Minimum, womit jetzt die ganzen World Tour-Teams am Start stehen. Aber auch nicht jedes World Tour-Team hat eben noch eine ganz schlagkräftige Debo-Truppe noch mit dran. Ja, ja gut, also das wissen wir, glaube ich, dass das Business da auch jetzt nicht so Ponyhof-mäßig ist, dass man da bei Jumbo Wismar nicht denkt, fuck, das haben wir aber anders geplant jetzt für das Jahr. Also ich glaube, das ist eine Mannschaft, die schon irgendwo einen Rennplan relativ straight mit auch Fahrern schon zusammengestellt hat. Ja, auf jeden Fall, aber die können es jetzt auch nicht mehr beeinflussen, wie es weitergeht. Vielleicht sagt er auch nach zwei Monaten, ey, ich bin wieder da und ich glaube auch nicht, dass er jetzt das Rad ganz stehen lassen wird. Ja, vielleicht sieht man hier aber auch irgendwie mal ein Gravel-Rennen mit Paul fahren oder was auch immer. Vielleicht auch gar kein Rad mehr fahren. Kann keiner sehen, keiner vorhersehen. Aber es ist natürlich schon ein Riesenverlust für das Team. Also die Dreierspitze, mit der sie jetzt bei der Tour zum Beispiel am Start gehen wollten, ist jetzt dann nur noch eine Zweierspitze. Das verändert schon die ganze Dynamik vom Team, einfach die Rennen, die bis zur Tour zum Beispiel bestritten werden. Und allein auch die Taktik, die dann bei der Tour gefahren wird, ist natürlich eine ganz andere jetzt. Ja, also ich meine erstmal, im letzten Jahr konnte er ja nicht so diese Dreierspitze ausspielen oder seine Position halt durch die Verletzung. Daher weiß ich nicht, ob er letztens einen Einfluss auf den Verlauf der Rennen für Jumbo Wismar unbedingt hatte. Aber keine Ahnung, so aus der Erfahrung mit Marcel Kittel auch, weiß ich nicht, ob er nochmal zurückkommt. Gerade wenn man ein Kind gekriegt hat und seine Freundin, Frau, das Kind bekommen hat. Aber wenn man irgendwie frische Eltern ist und man merkt, wie schön es wahrscheinlich auch sein kann, zu Hause zu sein, das Kind aufwachsen zu sehen. Weiß ich nicht, ob man sich nochmal zurück in dieses Leben wirft, mit dem man irgendwie 250 Tage im Jahr unterwegs ist wahrscheinlich. Und zumal er ja auch bei ihm, wie du vorhin schon gesagt hast, wie ihr gesagt habt, kein finanzieller Druck da sein wird. Also ich meine, der hat halt ausgesorgt, wenn er nicht allzu viel falsch gemacht hat. Und boah, keine Ahnung, also ich kann es mir nicht, wenn du so abrupt aufhörst, dann ist da wirklich was am Argen. Also dann bedrückt sich, also dann hast du ja wirklich irgendwie auch was in dir. Und warum solltest du nochmal zurückkommen zu so einem Sport, wo du nicht irgendwie so seicht rausgehst, mal kurz, sondern du halt wirklich so abrupt sagst, nee, das ist mir zu viel, ich will das nicht mehr. Weiß ich nicht, also ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, um ehrlich zu sein. Du könntest ja jetzt schon nochmal rausfinden, also vielleicht vermisst du ja auch den Wettkampf dann doch. Oder so, vielleicht hast du noch irgendwo das Verlangen in dir, eben bei Nature France, Giro oder bei den größten Radrennen der Welt erfolgreich zu sein. Wie alt ist Tom Dubonau? Wenn du das noch hast, dann müsstest du jetzt auch so 30. Sind älter schon? Ja, natürlich, aber ich glaube, ich meine, wir sind alle nie auf diesem, wir beide sind nie auf diesem Niveau Rad gefahren. Wir wissen nicht, wie das ist, wenn du auf einmal um so einen GC fährst, wenn du diesen Druck hast, Weltmeister zu werden, auch im Zeitfahren. Also es herrscht eine ganz andere Last auf ihn. Ich glaube, wenn dieser Druck nicht mehr da ist, ist es ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn du da hast und du dich, glaube ich, daran gewöhnst, diesen nicht ständigen Druck zu verspüren. Ich meine, den Druck, wir hatten ja auch Druck, aber auf einer anderen Ebene. Also ich meine, die werden natürlich auch dafür bezahlt, dass sie abliefern. Also, dass sie große Radrennen gewinnen. Der wurdest du ja auch. Also im Prinzip natürlich. Ja, aber schon medial auch nochmal ein anderer Druck. Ja, okay, den hatten wir jetzt nicht. Der kommt bei ihm jetzt noch dazu. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, wie er sich davon so beeinflussen lassen hat. Da war natürlich schon ein Riesenhype, als er den Giro gewonnen hat in Holland. Es ist nochmal alles durch Decke gegangen. Auch die Leute, die sich überhaupt für Radsport interessiert haben, sind nochmal extrem mehr geworden. Aber im Prinzip, also grundsätzlich geht es ja schon um eine Motivation einfach, die du hast. Und aus welchen, was ist deine Motivation? So, warum fährst du Rad? Fährst du Rad, weil es dein Job ist oder weil du halt irgendwas reißen willst? Egal was, ob du jetzt der beste Helfer sein willst oder der beste GC-Fahrer, ist ja erstmal egal. Aber ich glaube, er hat da, glaube ich, gerade nicht so eine Antwort drauf, warum er eigentlich noch Rad fährt. Was man auch schnell vergessen kann. Ich meine, das Leben als Radprofi ist so schnelllebig, weil du eben einfach nur unterwegs bist. Und manchmal bin ich auch aufgewacht und ich wusste halt erstmal nicht, wo ich bin. Also bin ich jetzt zu Hause, bin ich irgendwo in Spanien, bin ich in Belgien, keine Ahnung. Also das vergisst du manchmal, weil du fährst halt von Rennen zu Rennen und von Trainingslager zu Trainingslager. Da einfach auch mal so ein bisschen Ruhe vielleicht einfach. Vielleicht brauchst du dir auch mal mehr als eine Off-Season, die jetzt auch im letzten Jahr besonders kurz war. Vielleicht ist es auch deswegen jetzt nochmal so durchgekommen. Du hast einfach wenig Zeit mal so zu reflektieren einfach so. Das habe ich dann auch erst nach der Karriere mal so ausführlich machen können, weil vorher war einfach wirklich keine Zeit so. Du bist halt immer mit irgendwas beschäftigt, ob es mit deinem täglichen Training ist, mit Reisen, mit Rennen fahren. Also da ist ja wenig Zeit, wo du zur Ruhe kommen kannst. Ich meine, ich bin vielleicht das beste Beispiel auch, dass man vielleicht doch nochmal sich in die Fresse hauen will. Ja, also das machst du jetzt auch als dein Manager, kann ich ja sagen, nicht aus finanziellen Gründen, sondern einfach, weil du Bock hast und so. Also ja, vielleicht ist es ja dann bei ihm irgendwie so, dass er sagt, ey, ich habe einfach nicht mehr das Bedürfnis, jetzt den Tour de France zu gewinnen. Und wenn du das nicht hast, dann kann man dem auch 10 Millionen im Jahr zahlen. Er wird ja nicht mehr die gleiche Motivation aufbringen können, wie wenn das eine ganz natürliche wäre. Ich frage mich sogar auf dem Niveau. Habe ich im Sport-LK gelernt, Motivation. Auf dem Niveau, wie wichtig ist es konstant, in der Belastung zu bleiben, um die Leistung abliefern zu können? Was meinst du damit? Ja, wenn du jetzt... Das ist zumindest meine Antwort, die ich dir nicht geben kann. Wenn du jetzt ein Jahr rausnimmst und fährst auch nicht die intensiven Einheiten im Training, kannst du im nächsten Jahr wieder auf das Niveau kommen, auf dem du vorher warst? So, das frage ich mich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist völlig individuell. Also, sagen wir mal, vielleicht nicht mehr so im modernen Radsport, aber im alten, ich sage mal alten, so vor 5 bis 10 Jahren. Ich kenne halt auch Fahrer, die haben halt auch einfach wochenlang wirklich nicht trainiert, also gar nicht trainiert. Aber ich glaube, das geht heute nicht mehr. Und fahren dann trotzdem noch schneller. Ja gut, schneller, aber... So als man selbst. Ja, genau. So zumindest. Und natürlich gibt es das nicht mehr, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er jetzt komplett raus sein wird. So dieses ganz Top-Niveau für einen Toursieg mit einem Jahr Pause. Boah, ich glaube, das wird echt schwierig. Also es kommt wirklich darauf an, wie er jetzt die Zeit nutzt, ja. Ob er da noch genügend Umfänge irgendwie trainiert. Also ich glaube, das sind ja nachher auch wirklich wenige Prozente, die du nur noch besser wirst, wenn du tatsächlich dann auf deinen Höhepunkt trainierst. Also sagen wir mal, er hat ein Grundniveau von einer gewissen Schwellenleistung. Und zur Tour wirklich in Top-Form zu sein, das sind vielleicht ein, zwei Prozent, die ja noch besser wird. Oder drei, vier, fünf, sagen wir mal so. Also von daher, diese letzten Prozent, die dauern halt lange. Also ich glaube, so dieses auf ein Niveau zu kommen, um wieder Rennen zu fahren und so weiter, das kannst du machen. Das Ganze dann auf drei Wochen abzuliefern, das ist es ja auch. Und das ist, glaube ich, so das, was es dann auch dauert. Ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, weil Werde wird zwei Jahre gesperrt, kommt zurück, ist nicht viel schlechter als vorher. Ja gut, aber weil Werde hat halt auch einen Trainingsumfang geabsolviert in der Zeit. Genau, also der hat halt voll trainiert. Also anderes Beispiel, zum Beispiel Linus Gerdemann, hört halt auch auf einem Niveau auf, riesengroß, kommt zurück, gewinnt dann aber immer noch eine Luxemburg-Rundfahrt. Also hat wirklich noch nennenswerte Erfolge danach gehabt und hat jetzt, glaube ich, in dem Jahr nicht den Umfang oder das Volumen an Training gehabt, wie unter der normalen Saison. Ja, aber wir reden halt von jemandem, der in Giro gewonnen hat, der Zweifel besser war, der kommt ja nicht zurück, um den Luxemburg-Rundfahrt zu rinden. Ja, genau, das ist, also da in der absoluten Spitze. Ohne jetzt Linus irgendwie zu nahe zu treten, aber der will ja zurückkommen, wenn er zurückkommt, will er ein Team und wir eine Führungsrolle haben, denke ich auch mal. Oder zumindest in der Lage sein, Kapitän bis zum letzten Berg, am letzten Berg zu unterstützen. Und ich glaube, wie du schon sagst, ich glaube, das ist so ein langer Weg mittlerweile. Und das eine Jahr, dass er jetzt rausgeht, sagen wir mal es ein Jahr, da passiert ja wieder was im Radsport. Also ich meine, die Kids, die da hochkommen, das sind ja einfach Kinder zum Teil. Ja, das ist halt, die werden ja immer, immer besser. Und das ist halt brutal. Also ich weiß, also ich meine, ich würde mich freuen, wenn er wieder zurückkommt, aber ich kann es auch verstehen, wenn er sagt, okay, ciao. Aber ich würde das Thema eigentlich gerne, glaube ich, abschließen. Ja, ich wollte nur mal sagen, also es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, wie er seine Auszeit jetzt nutzt. Ich denke mal, wenn er ein ganzes Jahr jetzt kein Rad fährt, dann wird es schwierig, wenn er jetzt einen Monat nicht fährt. Also manche Leute, auch Giro-Sieger, die haben auch mal in ihrer Karriere einfach mal zwei Monate lang kein Rad gefahren im Winter und kommen dann trotzdem noch ganz normal wieder am ersten Trainingstag mit dem gleichen Niveau mehr oder weniger oder mit einem hohen Grundniveau wieder ins Training rein. Also das ist auch dann unterschiedlich. Also ich glaube, wenn ich zwei Monate gar nichts machen würde, dann würde ich ganz weit unten anfangen. Aber manche Leute, die verlieren halt auch einfach Form oder sind halt grundsätzlich talentierter. Das machst du jetzt ja auch gerade seit ein paar Jahren. Zwei Monate Pause und dann mal wieder ein bisschen Rad fahren, dann wieder zwei Monate Pause. Ja, aber ich werde, also ich habe ja immer da. Du wirst nicht mehr schlechter. Das ist die Krux. Du wirst, du wirst nicht mehr. Ich bin jetzt ja auch in den letzten Tagen bei der Winterpause. Ich habe mir so gesagt, ab Februar trainiere ich wieder. Aber ich habe mich halt gefragt irgendwann jetzt Anfang des Jahres, beziehungsweise so kurz über, oder sagen wir mal über die Weihnachtstage. Okay, wenn ich jetzt so unregelmäßig fahre, einfach wie es sein wird, wegen Wetter viel zu tun, et cetera, werde ich nicht besser, aber ich werde auch nicht schlechter als jetzt. Also kann ich auch direkt eine Pause nochmal einlegen und warten, bis das Wetter wieder ein bisschen besser ist. Und ja, also man wird halt auch nicht mehr schlechter als ein gewisses Grundniveau. Das ist jetzt aber wieder was ganz anderes, als zu kehren, um die Tour zu gewinnen. Genau. Wollen wir von dem einen Holländer zum nächsten Holländer gehen, der gerne wieder Radrennen fahren würde? Ja. Oder wollte das Thema gar nicht... Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, also die Überleitung war jetzt zu weit hergeholt. Hä? Krone wegen. Ist das ein Thema? Ist das ein Thema? Er wird halt bedroht und braucht Polizeischutz. Wird oder wurde? Wurde. Ich finde es nur krass, dass sie ihn tatsächlich so lange aus der Bahn geworfen hat, auch ihn selber. Also das hätte ich jetzt nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Ich schon. Aber gut. Jetzt hat er letzt... Ja? Ja. Aber ich meine, klar ist auch irgendwie so, die sind mehr oder weniger befreundet gewesen. Ja, und ich glaube da einfach auch so durch die... Das war jetzt auch so das, was heute bekannt wurde und da waren dann auch nochmal ganz viele Kommentare. Also heute wurde bekannt, dass er eben auch irgendwie sowas wie ein Presser-Drohschreiben, Drohbriefe bekommen hat. Da muss irgendwie so ein Strick drin gewesen sein und dabei stand da, da hängen wir dein ungeborenes Kind auf bis jetzt oder so. Boah, das ist super Hardcore und halt so die komplette öffentliche Wahrnehmung davon und auch im Endeffekt, haben wir das auch schon gesagt, wie das die UCI gehandhabt hat, dass er da einfach irgendwie, ja weiß ich nicht, meiner Meinung nach schon so ein bisschen zu viel schuldiger war an der ganzen Nummer, auch in der öffentlichen Darstellung. Ja, schwierige Nummer, aber ich konnte mir schon vorstellen, dass da einige Kommentare kommen und dass er sich schon so schlecht fühlt, dass er wirklich lange braucht, um da wieder... Also ich bezweifle auch immer noch so ein bisschen, dass er wieder auf das Niveau kommt, was er da mal hatte. Ich glaube, das wird schwierig. Ja, obwohl beim Thema wäre, also auch jetzt lange nicht... Ich glaube, er ist halt wirklich auch lange nicht da gefahren. Ja, aber dann eben auch Mindset jetzt, ne? Ja, also ich glaube, der war schon hundertprozentig schuld an dem Sturz und wir haben das damals auch besprochen, als es aktuell war bei der Polenrundfahrt und da habe ich gesagt, der müsste ein Jahr lang gesperrt werden und das Jahr wird er jetzt auch nicht fahren. Also jetzt nicht wegen der Sperre, sondern weil er sich nicht dazu in der Lage sieht und ja, das Thema sehr viel weitreichender ist, als überhaupt noch die schlimmen Verletzungen, die Fabio Jakobs erlitten hat. Ja, ich bin bei beiden gespannt, auch bei Fabio, der trainiert jetzt wieder, der scheint auch wieder irgendwo in Form zu kommen, aber da sind ja bei beiden irgendwo jetzt Szenarien im Kopf in so einem Sprint, die du nicht so einfach ausblendest. Und da muss man einfach mal gucken, wie das läuft, ob die zwei da noch... Ja, gut, er hat genug, was ihn jeden Tag erinnert, glaube ich. Und daran denkst du schon, wenn du wieder in den Sprint reingehst, kann mir keiner erzählen, da kannst du Profi sein, wie du willst. Mal sehen, vielleicht klappt's, aber sehe ich kritisch. Ja, also generell nach dem Sturz ist es ja, vergisst man den relativ schnell, ne? Ich glaube, wenn du danach weitergefahren bist. Ja, habe ich auch immer gesagt, ich bin auch öfters mal auf die Fresse geflogen, aber dann bin ich da irgendwie vor einem Jahr mal mit diesem Jeep kollidiert, das habe ich nicht mehr vergessen. Also seitdem fahre ich anders um die Kurve bergab. Haben wir noch schönere Themen? Ja. Paul, kriegst du eine Überleitung hin jetzt? Wer auf jeden Fall ganz raus ist aus dem Sport, ist Fabio Aro aus der Cross-WM. Letzte Woche habe ich mich noch gefreut. Diese Woche kommt da ein Video, er sagt, ja, es hat ihm viel Spaß gemacht, Crossfahren ist großartig, aber er will jetzt den nationalen, den Spezialisten und dem Nachwuchs den Platz nicht wegnehmen. Und die trainieren jetzt auch schon hart und gezielt bei Kubeka Assos und er wird da doch jetzt nicht den WM-Startplatz wahrnehmen. Scheiße. Habe ich mir tatsächlich auch gedacht, als ich so ein paar Bilder aus dem Trainingslager da gesehen habe, so, okay, und der fährt jetzt dann nächste Woche wieder Cross irgendwie, passt das ja alles nicht so zusammen. Aber Ehrenmann, Ehrenmann, dass er da den Platz wieder frei macht. Nicht wie Heinrich Hausler. Genau, der fährt nämlich die Cross-WM tatsächlich und ich weiß gar nicht, ob in Australien fährt da überhaupt einer Cross? Ja, doch, da gibt es tatsächlich richtig große Szene, aber ich glaube, die sind alle nicht gerade auf Weltklasse-Niveau. Oder vielleicht kommen die auch gar nicht, oder wollen nicht kommen. Doch, doch, es fahren schon Australier auch die WM. Also ich weiß nicht, ob dieses Jahr, aber in der Vergangenheit sind Australier auch Australien. Ja, das kann natürlich sein. Die haben sich ja so ein bisschen abgeschottet, ne? Vielleicht kommen die auch einfach nicht rüber, alle, außer Heino. Paul, du kannst es vielleicht besser beurteilen. Hat sich jetzt Heino den Platz verdient oder ist er jetzt da wegen seinem Namen? Naja, also ich glaube, er wäre immer noch besser als alle anderen Australier. Okay. Also die Australier, die ich bis jetzt im Männerbereich gesehen habe, die waren, ja, ich glaube, Heino hat ihn verdient. Und ich glaube, Heino wäre auch australischer Meister, wenn er hätte fahren können. Wie habt ihr in den letzten Tagen, Wochen, die Cross-Szene verfolgt? Was glaubt ihr, wer Weltmeister wird? Na, Wout von Art spielt ja schon wieder ein schönes Mindgame und sagt, Matthieu ist der große Favorit für ihn. Aber ja, keine Ahnung, ich glaube, tatsächlich, dass Wout gewinnt, weil der wieder schon relaxed ist. Und Matthieu, glaube ich, sich wieder so ein bisschen sehr unter Druck setzt. Ich weiß es nicht. Wird, glaube ich, ein spannendes Rennen. Also ich glaube, Matthieu ist der Bessere von beiden, rein wenn es um Stärke geht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Wout gewinnt. Und Tom Pitcock wird dritter, obwohl, wenn Tom Pitcock einen sehr guten Tag hat und die beiden sich gegenseitig an den, ja. Wie ist denn die Strecke da, Paul? Ostende? Nee, die kenne ich gar nicht. Also ich glaube, Tom Pitcock kann eventuell so ein guter, solider Außenseiter sein. Ostende? Ostende ist jetzt ja an der Küste. Genau, Ostende am westlichen Ende von Belgien. Also da geht es jetzt nicht wirklich bergrauf. Also es ist jetzt kein Koppenbergkross oder so. Nee, ich glaube, es kann sein, dass die auch durch Dünen fahren. Ich weiß es nicht. Kokseide sind ja auch Dünen. Also vielleicht ein bisschen Sand, aber jetzt nicht so, dass das Tom Pitcock jetzt groß entgegenkommt. Nee, aber der ist ja einfach auch so gut. Aber normalerweise zwischen den beiden. Ja, aber ich glaube, jetzt unter normalen Zuständen, normalen Umständen. Letztes Jahr wird der Zweiter, ne? Da wird nicht viel reißen können. Das weißt du, ne? Letzter wird der Vize-Weltmeister. Also... Ja, wo war letztes Jahr? Ging aber ein bisschen mehr über den Bergkopf. Nee, der war einfach nur Matsch. Okay, war auch über den Bergkopf, aber ja, der war einfach stark. Aber normalerweise die beiden und Tom Pitcock auf drei. Ich habe keinen Plan, ich gucke es mir an am Sonntag. Ja, ich habe jetzt auch länger nicht mehr geguckt, aber die WM guckt man sich dann doch an. Marcel Meisen wird nicht fahren. Der hat Verdacht auf Epstein-Barr-Virus. Und wird es dann noch ein... Weißt du, Paul, wer noch fährt? Also ich habe jetzt hier mal geguckt. Also von den Deutschen. Sorry, das ist jetzt gar nicht so gemeint, ne? Aber Radnet, da fehlt noch irgendwas. Also wir wissen immer noch nicht, wer da am Start sein wird. Klar, wir wussten auch nicht bis heute, glaube ich, ob die WM überhaupt stattfindet. Aber so Nominierungslisten, hallo? Ja, also... Wir brauchen doch hier etwas, worüber wir erzählen können. Könnt ihr nicht mal ein bisschen zuarbeiten? Genau, also laut unseren Recherchen schickt der BDR folgende SportlerInnen nach Ostendon. Und zwar einmal nur den Ralle, Sascha Weber und die Elisabeth Brandau. Das war schon. Und bei der Elisabeth wissen wir es auch nur, weil wir eben gerade in der Vorbesprechung philosophiert haben. Und da habe ich einfach mal auf ihr Instagram-Profil geschaut. Und da hat ihr Mann gerade irgendwelche Reifen auf irgendwelche Laufräder geklebt mit dem Satz, dass die für die WM sind. Daher wussten wir, dass sie anscheinend fährt. Man weiß, dass der BDR keine Nachwuchssportler zu internationalen Wettbewerben schickt aufgrund von Corona. Von daher werden Juniorenrennen finden ja eh nicht statt. Also weibliche und männliche Juniorenrennen. Und ich glaube U23, männlich und weiblich, findet statt. Genau. Aber da fällt kein... Und warum fällt man da nicht hin? Ja, weil der BDR keine Nachwuchssportler... Jetzt mal ganz blöd gefragt. Keine Nachwuchssportler... Ja, ja gut, aber mit welcher Begründung? Wegen Corona. Ja, gut, kannst du doch genauso das Protokoll wie die Profis einhalten oder nicht? Machst einen Test vorher, nachher, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist so die... Der BDR nimmt an keinen internationalen Wettbewerben teil gerade. Schade für diejenigen, die da mitfahren wollten. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Sinn, auch sonst abseits von Corona Sinn gemacht hätte, da zu fahren oder nicht. Erst U23 dicht. Ich habe gerade in die Cross-Szene nicht so einen Einblick in Deutschland, muss ich sagen. Ja, Marco Brenner, bester Crossfahrer. Ja, der wird definitiv nicht bei der Cross-WM am Start stehen. Weiß ich nicht, wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt als UL-Tour-Fahrer bei der Cross-WM starten willst? Darfst du dann auch noch U23-WM fahren? Das weiß ich nicht. Mich auch nicht. Das muss man sich aktuell dann überlegen in der Schweiz. Also Pitcock, der hat es ja auch mal so, mal so gemacht. Jo. Ja gut, gibt einen schönen Fernsehsonntag mal wieder. Ich habe jetzt auch wirklich schon lange keinen Radsport mehr geguckt. Ich freue mich ein bisschen. Aber halt... Sonntag findet aber auch das erste Straßenrennen statt. Ohne Fabio Aro. Grand Prix Marcel, yes. Aber der wird wahrscheinlich nicht übertragen, oder? Ich glaube auch nicht. Aber da ist einiges am Start, weil ja doch viel auch jetzt verschoben wurde oder ausgefallen ist. Ich glaube, Degel ist auf jeden Fall am Start, hat er ja gesagt. Wenn nicht, dann eine Woche später beim Etual-Besèche. Nee, der ist am Start mit Philippe Gébert, dem besten Rennfahrer des letzten Jahrzehnts. Jonas Rutsch wird am Start sein. Auch schon in blendender Form, wie immer der Jonas. Aber der ist doch nie... Klein Mann für die Klassiker. Der ist doch nie nicht in blendender Form, oder? Sonst ist er halt übertrainiert, aber sonst ist er eigentlich immer gut in Form. Naja, also fürs Frühjahr, wenn er dann seine Highlights hat, dann hat es bisher immer ganz gut geklappt. Genau, meine ich ja. Es war gerade ein Kompliment, dass er immer gut in Form ist. Kommt tatsächlich im Eurosport-Player. Ja, weil Eurosport hat ja gerade einen neuen Deal gemacht, glaube ich. 31.01.14 Uhr bis 16.30 Uhr. Okay, ich muss mal meine GCN-App gleich checken. Gut, Männer, dann... Geht los nächste Woche. Hallo, Patrick. Ja, voll geil. Cool. Wie vorhin schon erwähnt, am 1. Februar einfach mal... Bei mir im Instagram vorbeischauen. Bei der Werbebanner. Genau. Paulfoss.de. Auf Paulfoss.de gehen. Gibt es die Website eigentlich noch? Nee, ich glaube, die gibt es nicht. Bei mir kann man da Fliesen kaufen, denke ich. Oder Wandteppiche. Da ist Basti auch guter Kunde übrigens. Ja, aber... Alles für den Sound. Bevor wir jetzt hier den Saft abdrehen. Was ist denn hier mit Sascha Weber nächste Woche? Ich meine hier, wir müssen bei unseren Regie... Hallo. Redaktion. Wo ist die Redaktion? Die schläft. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir noch eine andere Vorschau? Außer, dass jetzt Paul irgendein Video... Ach so, für nächste Woche? ...hochladen wird. Oder was? Ja. Ja, wir haben... Ist jetzt nicht... Ist Sascha Weber jetzt endlich mal Gast im Bildsmagen? Oder... Wir haben nächste Woche einen weiblichen Gast. Sorry. Also ja. Ey, und nee. Wir haben nächste Woche eine Radsport-Dynastie zu Gast. Ja. Ein Teil davon. Ein Teil davon. Aber der Teil, der im Moment am meisten zu erzählen hat. Deswegen dachte ich, wir extrahieren den mal aus der Dynastie. Aber hast du dafür auch so aufgeschlüsselt, wie ich es heute... Wer zu wem gehört und so? Ja, das können wir ja noch... Das können wir dann brandheiß machen. Ich mach das. Ja, genau. Alles klar. Ja, da freu ich mich doch. Ich mich auch. Also, Sascha Weber ist trotzdem immer noch herzlich eingeladen. Genau, du kommst... Irgendwann mal. Genau. Der fährt ja noch ganz viele Sachen. Der fährt zum Beispiel auch Bundesliga. Also, wenn der Cross- und Meister wird... Ist er bis jetzt? Nee, 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 nee. Dann gibt's so Sonderfotorger. Ey, guck mal. Hier kommt das... Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, Sascha Weber ist, glaube ich, nicht Bundesliga, sondern immer nur die Meisterschaft. Die Meisterschaften könnte ich auch fahren. Eine Deutsche Berg könnte ich auch fahren. Aha. Aber wie wär's denn mit so einem Mix-Team mit Sascha Weber auch? Wär Sascha Weber noch ein guter... Ja, klar. Also, ein ehemaliger Crosser, ein aktiver Crosser. Beteilen. Genau. Beteilen. Du bist doch Manager. Walde deines Amtes. Gut. War meine Ehre. Ja, wie immer schön mit euch. Bis nächste Woche. Nächste Woche wieder zu viert. Freue ich mich drauf. Ich mich auch. Ich mich auch. Bye, bye. Ey, weißt du, was das Gute ist? Nächste Woche ist Dry January vorbei, dann kann ich irgendwer trinken gerne. Tschüss. аки. sour labor Pakistan chiaro Afghanistan ζ USA 誰 Bend